Hallo, guten Morgen, ich bin der Thomas Frick, bin Küchenleiter in der Akademie und bin zuständig für die Küche, das heißt die Vorbereitung und die Späßen für Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Ich darf natürlich auch am Tag der offenen Tür kochen und habe da eine riesen Auswahl von Kuchen, Hauptgänge und Versperr. Nun befinden wir uns im Innenhof, wo die große Kulinarik stattfindet. Es gibt nusprige Spannpferkel, es gibt Mauntaschen, es gibt Burger, es gibt vieles vom Grill. Hoffen wir, dass das Wetter gut wird, dann wird es hier wunderschön. Das Wetter gut ist, dass wir uns hier im Leben verstehen können. Oh, das ist schon so schön. Hier kann man ja ein Spannende Versperr. Ich bin nicht nur dispannend.